Zu Wort gemeldet ist der Abg. Ries. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Herr Bundesminister, Damen und Herren des Hohen Hauses, noch unter unserer Regierungsbeteiligung wurde, um den Gewaltschutz in Österreich auf noch ein näheres Niveau zu heben, einige Änderungen vorgenommen. Unter anderem wurde gesetzlich verankert, dass Personen, von denen Gewalt ausgeht, sich verpflichtend und nicht mehr freiwillig einer Gewaltpräventionsberatung zu unterziehen haben. Das ist neben der Arbeit mit dem Opfer ein wesentlicher Bestandteil, um den Gewaltschutz in Österreich voranzubringen, um um häusliche Gewalt zurückzudrängen. Die aktuelle Änderung im Sicherheitspolizeigesetz sieht vor, dass die Kosten der Gewaltpräventionsberatung nunmehr vom Staat und nicht mehr vom Gefährder, wie ursprünglich festgeschrieben, getragen werden. Begründet wird dies unter anderem damit, dass man in wirtschaftlichen Schwerzeiten den Druck von den Familien nehmen will. Dem kann man sich anschließen, wenngleich man sagen muss, und das sage nicht ich, das sagen die Experten der Männerberatung stellen, dass Gewalt keine Sache des Alters und auch nicht der Einkommensgruppe ist. Gewalt gibt es überall, aber soll so sein. Warum die Bezeichnung Gewaltpräventionszentrum jetzt ersetzt werden soll, erschließt sich mir nicht, aber es wird sich schon jemand etwas dabei gedacht haben. Bitte sehr. Wir begrüßen auch, dass die Mittel der Opferarbeit aufgestockt werden sollen. Das ist für uns keine Frage. Und es ist auch erfreulich, dass das Angebot für die Opfer von Zwangsheirat ausgebaut werden soll. Schön, dass sich hier ein Problembewusstsein dafür eingestellt hat, dass man Unkulturen, die sich leider auch in Österreich breit machen, hier wirklich entschieden entgegentreten muss. In diesem Sinne, Herr Bundesminister, geben Sie den Druck, den es vielleicht gibt, von Seiten Ihres Regierungspartners nicht nach. Verfolgen Sie den Kurs weiter, den wir gemeinsam begonnen haben. Denn wer in Österreich leben will, der muss unsere Kultur und unsere Lebensart respektieren, schätzen und er sollte sie auch mittragen. Wenn er das nicht möchte, bleibt ihm immer noch die Reisefreiheit. Eine alternative Sicht, dazu gibt es für uns nicht. Danke sehr.